hallo hier ist martin von meinem anki dass die dax analyse für nun dienstag den 14.02.2023 und unser dax hat hier ein bisschen hilfe bekommen es wurde aufgerichtet worden wurde deutlicher wieder zurückgezogen wobei man deutlich wirklich ihren anführungs durchsetzen muss denn es ist nicht viel bewegung gewesen das ist eigentlich schon feiertagshandelniveau also wir haben eine kleine bärische verkeilung sogar drin also dieses zulaufen der hochs und der tiefs aufeinander ist eine bärische verkeilung die noch mal eine bewegung nach unten auflösen kann aber wir haben heute auch schon den ersten update geschrieben da ist es so stabil so ruhig neue tageshochs nach 10 uhr nach 11 uhr das ist genau das was wir immer ansprechen für den montag wenn er sowas macht dann dürfte eben ganz gerne bis tagesseite dann oben raus dafür hat er dann aber wirklich wenig geschafft das muss man auch so sagen und damit wird hier jetzt langsam dieses sks gebilde was wir gestern besprochen haben wirklich jetzt interessant weil wir haben jetzt hier stand jetzt schon eine schulter eine linke einen kopf eine zweite schulter und die können eine nackenlinie ziehen das heißt dass wenn er jetzt aus dieser verkeilung heraus nach unten dynamisch auf die nackenlinie losgeht wäre das für eine sks formationen vollkommen ausreichend er muss das hoch nicht hier hinsetzen rein von der formation wäre das möglich und wenn dann also mal an wir sprechen bloß mal das szenario durch das heißt bitte wie immer nicht dass das so eintreten muss aber wenn wir sehen der markt bewegt sich genau nach diesem szenario was wir beschreiben dann sollten wir versuchen dort unsere punkte zu holen ja aber nicht verwechseln dass es hier nicht glaskugel und wir kennen die zukunft und das wird so kommen sondern es geht einfach darum typische verhaltens bewegung oder oder typische abläufe im chart zu erkennen anhand von mustern die entstehen durch anleger durch institutionelle kunden durch professionelle markt teilnehmer durch insider die nachrichten schon vorher kennen durch diejenigen die auf die nachrichten später reagieren die erzeugen immer wieder muster und bewegung am markt und der mensch jetzt ein gewohnheitstier macht immer wieder das gleiche deswegen wiederholen sich die muster und deswegen auch die potenziale die wir dann eben als charttechnische trader versuchen nutzen für uns zu nutzen und hier wäre das einfach jetzt durch dieses hoch dann kommt er zurück macht ein neues hoch verkauft es aber ab geht bis ans tief zurück kommt wieder hoch schafft es aber dieses mal nicht einmal über dieses hoch geht wieder runter und bricht die tiefs und dann versagen einfach die die käufer hier versagen im mut in der hoffnung im optimismus und stoßen vielleicht ihre position sogar ab und das führt dann eben dazu dass ein sks muster nach unten dann auflöst weil ab dem punkt hier alle die die hier gekauft haben aus den positionen rausgehen oder die die verkauft haben eben vielleicht sogar noch was drauf drücken dann nach unten wenn wir uns das vom timing angucken würde das auch prima passen er könnte dann bis hier runter laufen über den dienstag nicht sich mal an die kante ran legen an die nackenlinie legen und dann über mittwoch donnerstag sich hier einmal unten richtig raus strecken würde perfekt so perfekt vom timing her passen aber er muss es eben auch machen und deswegen der der hinweis wirklich drei oder vier mal hier ich wiederhole das nicht weil ich doof bin oder weil ich glaube dass ihr doof seid sondern bei wiederholung einfach wichtiges betonen sollen er muss aber auch wirklich abkippen man muss sehen der will jetzt heute am dienstag runter dann kann man probieren diese erste teilstrecke wieder zu shorten bis die runde zumindest an den nackenlinie erst mal ran dort dann vielleicht teilverkauf einstand sichern und mal probieren unten raus laufen zu lassen sieht man aber nur dass der so stabil bleibt wie am montag am dienstag oder der kauft direkt kleine rücksätze direkt wieder hoch dieses klassische beide dip wenn wir sowas sehen sollten wir nicht uns am short festketten sondern den ersten mal noch nach oben laufen kann dann läuft er nämlich auf die 490 dann läuft auf die 550 und wenn er dort nicht umdreht geht es weiter bis 57 das muss uns klar sein und so müssen wir unsere position eben auch stellen um das risiko eben entsprechend auch zu managen und anzupassen ganz 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 wichtig auch wenn wir bestimmte setups haben der markt kann alles machen es gibt es ist der hat jeden tag die freie wahl aber wir müssen uns hinstellen und müssen dann als weder eben gucken okay was schließe ich mich jetzt an worin bewegt es sich jetzt im oberen sind nachher sind unteren ist er eher schwach ist er stark und wenn ja dann weiß ich eben wo meine punkte sind wo ich ein bisschen was rausnehmen wo meine punkte sind wo ich vielleicht auch komposition komplett apple auflöse ausbauer stopp ziehe dafür sollte die analyse eben damit man eben weiß okay wenn der jetzt hier weiter fällt und er bricht auch die nackenlinie hier später im wochenverlauf dass man dann eben auch nicht mehr an long großartig festhält weil er halt easy einfach mal 400 500 punkte tiefer stehen kann dann ja und dann dazu sagen okay ich bin long drin und da es wird eh alles wieder steigen ist dann halt einfach ein das ist dann wieder meinung und das kann man haben und sich dann hier drunter drüber ärgern dass man die oben nicht verkauft hat oder man probiert es dann einfach und deswegen hier tagtäglich und zur vorbereitung dafür gut vorne ich glaube wir haben alles wichtig besprochen sehen wir stärke 94 55 bis 6 30 und 57 ist alles möglich am dienstag naja auch wenn er anfängt loszureißen und fette grüne kerzen stemmt bitte nicht denken nur weil der tag so langsam war am montag dass er jetzt um kippen muss und dass das turn around geben muss der kann volle möhre durchziehen bis mittwoch sogar bis donnerstag beim hier dann nach oben raus steigen der muss uns kipp und klar zeigen so wie er das am donnerstag letzte woche gemacht hat muss kipp und klar zeigen ich drehe um ich bin jetzt schwach ich verkaufe und dann ist egal wenn es schon 50 60 punkte vielleicht gefallen ist ja wenn wir dann schöne fette rote stunden kerzen kriegen und sowas dann darf man davon ausgehen dass wir noch mal ans tief ran laufen und dann wird die sks hier halt richtig interessant okay also so machen was ich wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss